So, es ist der 27. Mai, es ist dreiviertel vier, bitteschön, da oben ist die Uhr. Wir erwarten ja heute Gäste. Da, schau her. So schaut jetzt der Gärtner aus. Ein bisschen, ja. Wir haben einen wunderschönen Gärtner, da gibt es überhaupt nichts. So, das ist jetzt vor dem Gast. Da tun wir jetzt mal leicht ein bisschen filmen. Die Sowjetten sind schon gefaltet, alles ist so ready, sozusagen, ready Freddy. Die Laube wächst da oben, da ist alles bereit, eigentlich bereit. Ich gehe mal kurz hinter, vielleicht. Ja, das stört, jetzt kommt halt alles, jetzt ist halt alles wirklich schön. Schau her, jetzt ist eigentlich alles wirklich schön. So, und heute ist doch das Heißweg wie Sau. Das ist doch furchtbar, eigentlich furchtbar. Da, die macht es richtig, das Fräulein, 18 Jahre alt. Das ist mein, das ist mein Lieblingssitz im Winter, wenn der Schnee fällt. Das ist ein Glashaus, das wir umfunktioniert haben. Und das ist einfach schön. So, da haben wir einen kleinen Sitz. Und da haben wir natürlich, ja, unser Pool, die liegen. Ja, so. Da hinten ist der Nutzgarten, das wissen wir. So, da ist die Dusche, da plätschert's. So. Ja, das wär's mal, dabei. Später werden wir vielleicht schon noch ein wenig filmen, gell. Also. Okay, weißt du. Nein, das wär's mal. .